Ich bin da runter gesprungen, man. Das ist doch nicht so hoch. Guck mal. Hast dir was gebrochen? Ja, ich muss sehr angeschlagen werden. Wo ist mein Team? Achso, das kommt über die Raffinerie bin. Stimmt. Ich bin einsamer. Ey, mach jetzt mal Schall einfach. Kann ich schon. Schieß mal. Ach gut, ich hab gedacht, der Ton wäre weg, ey. Nee, mach da doch mal keinen Gedanken. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Fuck. Hast du die gesehen? Ja. Hoffentlich sind die nicht, Alter. Wo muss ich raus? Wenn ich dich hin erschieße. Nee, ich muss hoch. Irgendwie zeigt mein Ziel an, dass... Nix. Hoch geht, okay. Gut, dann muss ich doch erschießen. Wo ist denn der andere? Ja, dann schieß den noch. Ist ja blöd. Geil. Ah, der ist noch. Warum keinen Kopfschuss, damit du Punkte kriegst? Da ist doch nicht schlecht. Hast du recht? Nee, ich hab nur Angst gehabt, dass ich... ...den mit zu viel Ballava töte. unterschüsst. Nein, ich hab' nicht... Engg., du nix. Ses, der war nicht. Du bist doch so richtig. Es schießt. Ich hab' nicht... Ich hab' nicht. Wolltest du nicht. es war auch nur voll ganz nahe muss drinstecken und dann ist es nur spüren oder das ist ein Verständnis die Schild sie stehen ganz leicht die Rutschen Wir kennen ihn schon. Feuer. Geil. Hi David. Jo, schön. Ui jo, mach noch mehr bei Lava. Mach noch mehr Lautergerüche. Erinnerst du dich da dran? Ab. Schupe, du bist so blöd. Wo man sich nur kein Headshotkin. Ah, Schuss. Ach so, du bist so ungehechend, aber guckst lieber hin. Ne, ich hab' gedacht, okay. Ist alter. Dann erschießt ihn doch. Ja, hast noch grad'n Kindgeschuss. Ah, na also. Das ist noch ein Gehschnitt, der sich abseilt. Uuuuh. Der ist jetzt auch nicht. Wirf ne Kranas. Ne, ich will nur zu viel Kraft machen, mein Freund. Okay, dann mach ich doch besser Kraft, bevor du zockst. Haha, bevor ich zock. Damit die Leute dich schon entdeckt haben, verstehst du? Das ist das Ziel. Ach so. Ach so. BAM! In for the kill. Das war's für heute. das ist schon hier oben und da schon seine Kollegen wollten wie gesagt über die Refenerien kommen wie auch immer, wir werden das sehen wahrscheinlich gleich nicht wie du fast leider, wie kann man damit sterben? wir sind doch ja, gut, gute Sache weil du den Checkpoint Sprint Hör was denn für lustige Mosken an? der ne, der andere der muss schon mal gleich gehen der hat mich nicht sofern der überhaupt viel genug ist naja, wie sieht's abgehen denn denn wieder ausraschen bei den impfen Videos fach durch den Schützen ne ja, den Turmschützen und den Schützen läuft hier ja wie wir jetzt haben also sich denn sind wir da nicht Prozent Buchbuch Prozent Das ist ja unten rote Maske angekommen. Wow, hat er die so weit geworft, Grit, Allah. Er war ausgeruflich Bärwaffe. Mach das jetzt und dann haben wir nochmal Motivation. So, also die letzten 20 Versuche haben wir gerade rausgeschnitten. Ich wär froh, wenn wir heute mal in Vegas durchgrähen würden. Findest du nicht gut? Hä? Findest du nicht gut, wenn wir heute durchgrähen? Ja. Würde mir doch gut abgehen. So, warum ist denn ein Teamarbeiter von der Hände ausgeschnitten? Die sind doch bescheuert, die Kinder hier saugut helfen, ey. Zockt tot. Wir brauchen sofort Verstärkung. Also, du Xer. Da hat man auch schon nicht mehr. Oder oben los. Wir sind der anderen in der Umstellung. Ich bin auch schon nicht mehr. Haha, ich muss noch. Da ist noch viel Zeit für das Verloren haben, ne? Na ja, passiert, wenn man mich anschaut. Wie, der, Rufte. Hat der da gebracht? Ich hab' nur mitgesehen. Ich schaue mich auch alles. Oh Gott. Ne, ich war da scheiß. Ich war da scheiß, Mann. ich habe eine Entsteuerung, ich habe eine Entsteuerung verloren so, gut, alles gut die Eskalation bitte also die Eskalation weg 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 toll gut und da geht es hier weiter links ist noch einer, genau da kommt noch einer, da haben wir uns wo? eigentlich schon Mensch, du kriegst durch die Lücke so ein Ding durchgeworfen 7 Schuss damit kriegst du einen getötet, oh, jawohl doch noch 5 Schuss sehr gute Sache, aber das klappt doch hat doch dann jetzt noch geklappt ich hoffe, dass die Level jetzt nicht allzu lang dauert aber wahrscheinlich wird es noch dauern einen Moment und Maurice ist gestorben nochmal eine kurze Pause bis dann hey, dann bin ich wieder also wie ihr, ich bin Maurice, das ist Eric, wir sind bleibdinger, blablabla das ist Eric, genau, ja alles klar, sehr gut ja, Maurice ist gerade überaufgangen und hat das jetzt geschafft wer tötet mich! wer tötet mich dann aber wer tötet mich dann auch? da ja, ja, links links da deswegen bin ich von rechts umkommen So, da sind wir nun, an der Position, ja. Weil jetzt hoffen wir, dass das nicht gleich mal heucht. Wir töten sie alle. Warte. Hast du es gehört? Ja. Von wo? Ich wüsste es gern. Zieh die Diegel, schnell. Warum? One Hit. Okay. Falls es so ein Instrument war. Stab! Alle um die Ecke. Links. Warum hat der jetzt was von links angezeigt? Die Auge. Der ist tot. Oh, ich liebe die Auge, ey. Wenn die mich jetzt abzahlen, oder ist es irgendjemand? Nein! Ich hab sie vorhin gedreht. Wo? Ich weiß nicht. Warte, ich gucke auf der taktischen Karte, ob man sieht. Ja? Ja. Ey, fuck. Äh. Scheiße. Guck mal. Das sind irgendwo exklusive Fester, die du vielleicht mal detonieren lassen kannst. Oder du rennst jetzt einfach. Nix. Oder du rennst jetzt einfach. Nix. So. Es ist nicht gesagt, dass er die Lensche wollte, ja? Naja, es ist auch nicht. Das hier war trotzdem für den Nahkampf nochmal die Auge. Ja. Nix. Der ist schon weiter gehen. Du hast nämlich geschuessig geblieben. Alter, ey. Wo ist denn? Das hat sich geacht, ey. Neun Schuss. Oh, oh. Oh, oh. Neun Schuss. Neun Schuss. Alter. Oh, oh. Ein kühler Kopf in einer Situation gewahrt, ey. Lade lieber Monor die Augen. Der hat mich echt geniggert, welcher ausgerastet ist. Welcher hat die Waffe gewechselt, ey. Gut. Auf geht's. Warum dann? Mann. Ja, werf die Kanate da in die Ecke. Hoffentlich geht es. Plus zwei. Checkpoint. Guter Mann, ja, ja, ist gut. Alles klar. Checkpoint. Mach mich auf den Weg. Du Nigger. Scheiße, ich werbe. Oh nein. Oh Gott, der ist auch noch ledig. Oh mein, aber mir hat es geschafft. Hoffentlich schaffst du jetzt. Ja. Du bist dran, Erik. Jo, korrekt. Gut, dann musst du mir aber jetzt helfen, weil das ist mir viel zu übel. Das schaffe ich nämlich. Ja, aber ich geh trotzdem auf unsere Niggerhaut. Okay. Okay. Okay, töte die. Die wollen nicht das, was du gemeint hast, oder? Nö, einfach die. Die Kehlschneidens haben wir doch geschafft. Ö. Stirbkartoffel. Oh nein. Auf geht's ab. 2. 3. 2. Gott, der war sehr sinnvoll, oh oh, er kommt jetzt 100% um die Ecke, schoss, ja, aber die Falterie schon geguckt, mach's halt jetzt, Alter, ist jetzt eh schon zu spät, oder? Ne, mach, warum muss ich eigentlich lachen? Drück Epsilon! Ja! Drei Pfeile? Okay, also jetzt gehen wir mit ein bisschen System da durch, ja? Ja!